unser auftritt ist beendet vielleicht vielleicht doch nicht wir müssen immer noch tanzen ich will jetzt ein mann manchmal glatt dass mir ohne springen kann jetzt manchmal klappt irgendwie nicht wir wollen noch tanzen zumindest ich habe jetzt so toll diese einführung da gemacht mit den tollen tasten drücken wird tanzen kann sind ganz und wir können aufs außendeck genau auf die brücke was ist passiert ich habe keine ahnung irgendwie wenn wir dieses komische diva kostüme anziehen dann verschmelzen wir mit den erinnerungen von len unsere persönlichkeiten werden eins sehr mysteriös vielleicht kann uns der alte mann helfen die onlookers were all quite enthalten if it brings spirit together even a little then i'm glad indeed i believe it shall as you sang not a soul could help but realize the folly of their tiresome squabbling this once raised in anger became welcoming hands offering solace to a tearful neighbor i must admit that i too shed my share of tears in the moment len appeared you know len of course would you like it to hear yes tell us where to begin about a thousand years ago len was a popular songstress in zanagat the talk of the town you might say in a more peaceful age she might have lived out her year as a performer but the times and her talents did not allow such a thing to be you see len's gift for singing was matched by her genius in the summoner's arts when the makina war began all summoners were sent to the front lines zanagat was hopelessly outnumbered len knew she would not return home alive nonetheless she was prepared to lay down her life to protect her people yet there was one person who refused to let len die yes he would do anything to save her he was a young man len's lover shu yin i don't know his name has been lost to history whatever his name the youth endeavored to steal the enemies marking our weapon and save len however it didn't go well the lovers met truly tragic end those images we all witnessed are most certainly a record of their last moments jo and now so shu yin was len's lover and so that means the weapon that he tried to steal to save her must have been um vegna gunstein vegna gun right i think i can kind of understand how he felt trying so hard to save someone two years ago i was the same trying to find some way some way to save you that was enough knowing that you were on my side i'll always be grateful to you maybe len felt the same way the man she loved he struggled to save her he fought till his very last breath for her i think that lens final words might have been happy ones i love you this is a connection wait everything is all wrong he never heard the one person she wanted to tell he never heard her words hey so dass die schon noch was ich ging mir vor Ort gehen they want to see you aber wenn man will in the engine nur ein kleid i believe you nix i believe you nix i believe you nix okay lebron ist wieder da oder sind es nur ihre zwei komischen gesellen schau mal schau mal schau mal um um moment ich will speichern bevor wir weitermachen hier überschlagen sich die ereignisse ich habe keine ahnung und ich fürchte wir haben ja schon irgendwie oder ich habe mir einen ziemlichen quark gemacht egal maschine raum gucken wir mal was sie zu sagen haben bisschen leblanc wieder aufgetaucht und weiß wo nuchi wuchi ist hallo wo sind sie denn i've been hunting around since we last met and i happen to find a rather peculiar sphere it shows my nuchi wuchi for some reason that chump barrel i is there too but it's from some years ago i'm afraid it's not much help now loves den purpos favorit 5 erhalten nö nüji's on the far plane i saw him there with tippo doch he he the far plane what is he doing in a place like that i think he's searching for barelai and vegna gun oh ho ho so barelai is the one pulling vegna gun strings i should have known no that's not it how do i explain erklärt's mal ich blick's mich auch nicht never mind i don't have time for this boys we're going to the far plane oh my god that's real i would like to see i would like to see Spira! Ja, Ma'am! Na dann, steck den Tanker an! Boah! Die ist so voller Adrenalin! Die Macht der Liebe macht alles möglich! Merkt ihr das, meine Liebe? Die Macht der Liebe! Meine Güte! Irgendwie drehen die hier alle am Rad! Okay! Die Macht der Liebe! Ich fürchte, die sind uns keine große Hilfe, wenn wir da hingehen! Oh oh! Wieso habe ich das Gefühl, dass es keine gute Idee ist, dahin zu gehen und dass das letzte Kapitel jetzt angebrochen ist? Ach man, ich wollte so gerne nochmal in die anderen Gebiete reisen! Irgendwie habe ich so viel verpasst, glaube ich! Ich bin bei 55% oder 56% Spielfortschritt! Jonas' Gesang war richtig spitze! Die wichtigen Dinge werden meistens nicht verstanden! Hehe! Ich weiß, aber ich will mir das nicht eingestehen! Ich musste mich daran erinnern, was vor zwei Jahren geschehen ist! Ich war eine richtige Heulsuse! Was hat sich da jetzt geändert zu heute? Nun gut! Die Leblanc-Bande! Sollen wir sie ignorieren? Hallo? Hä? Und jetzt? Oh! Der einzige, den ich nicht angeklickt habe! Es sieht aus wie eine Transmission, aber es ist ziemlich weck. Was ist das? Hm... Ich bekomme Signale von der Komp-Sperre, die wir in das Hohle geschehen haben, aber es scheint nicht zu verbinden! Enough, little boy! Move aside! Oha... Oha... Äh... Zerstört unser Luftschiff.. Überberort mit ihr? Haben wir ne Arrestzelle für solche Leute? Inkonservabel! ifter, Magina.... An invention like this could change the world whoever came up with this is a genius guess I'm a genius too for fixing it anybody home Giphol I don't think he can hear us no response some genius if you're done playing let's go chill out lost your nerve hey we're talking about vegna gun how the heck do you fight that thing we can't even walk up to it without freaking it out or making it mad but I've got a plan if it doesn't work death will be my apology hey whatever man when a death seeker dies it's no apology what about la blanck well she oh it's reichs die verbindung ab so ein zufall pick up why did it cut off like that oh just when he was getting to the juicy bits it's not my fault what a piece of junk forget it I'll go ask him myself what about the goings I think that we should help out newge but first I want to try talking to shu yin I have to tell him how land felt I'm sure he'll understand how we can't exactly make mitzfeindliche but first I'll just have to jump into one of those holes ganz tolle idee ganz tolle idee w soak go wings we wo 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 Und Abflug! Auf auf und davon Und das wars oder? Kapitel 4 abgeschlossen Nein Eigentlich ein schnelles Kapitel Das sieht man mal davon ab, dass ich jetzt hier Stunden mit diesen Sphärophonen verbracht habe Äh, ein Monstergeschichtenbonus Und eine Monsterkapsel SP erhalten Ja, her damit Ja, die wollen wir uns anbieten nochmal zu speichern Machen wir auch gleich Friss Und dann Wir werfen die uns jetzt einfach in das Loch Ich will mal den Pupors Fiorita angucken Ich will mal den Pupors Fiorita angucken Äh 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 Strategie Äh Äh Ich bin voll dafür, dass wir uns mal Spira wieder angucken Was heißt Improvisieren? Wir retten nur die Hälfte, die andere Hälfte kann uns mal Äh Auf zur Lagebesprechung Wie kann ich denn diese Pupors Fiorita nochmal anschauen Ich glaub das ging wahrscheinlich Ah, Mist Ich bin voll der Pupors Fiorita Ja, ich bin voll der Pupors Fiorita Ja, und den Pupors Fiorita Und das Loch, das der Wegener-Gun in der Bavelle-Underground eröffnet. Also, welcher holen wir in? Wer weiß! Wir holen nur ein Loch und sterben! Yuna! Du kannst entscheiden, welches Loch wir holen. Oh, hoffentlich nicht jetzt sofort. Machen wir es so... Wie viele Löcher sind das jetzt? Sechs? Oder wie viel waren es? Keine Ahnung. In fünf von denen lauert der Tod in einem, kommen wir weiter. Super-Sphäro-Sammlung, das hört sich cool an. Ich will jetzt mal diese Pupo-Sphäroiden anschauen. Ja, endlich, so. Wäre doch gelacht. Pupo-Report 2, also... Also, ähm... Ich weiß jetzt nicht ganz genau... Zwei hab ich mir aber schon mal angeguckt. Wie, hä? Aufnahmedatum sowohl... Details sind unbekannt. Egal. Mir egal. War das nicht gerade neun, das wir bekommen haben? Aber das hab ich gar nicht gesehen. Oh Gott, sie war dann gegriffen. Ich bin raus! Das ist es. Dann... Don't give up! Wie? Now what? After you! Scared? Bang! Nudge läuft davon. Hä? Nudge läuft davon. Hä? 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 Wieso? Wieso? Weshalb? Warum? Weiß keiner so genau. Jaja, ist unbekannt alles. Mir egal. Was? Wuh! Was, was du machst of this Operation Miehan? Mit so einem Schnitt wie so, das muss es funktionieren, nicht wahr? Ist das so schwanzig? A machina, der kann sopferten sinnen? Wow. Das ist ein bisschen weins Gedanken. Machina this, Machina that... There's nothing to worry about, wenn du ihn in Ordnung hast. So, once we get Sin, the calm will come. Got anything exciting planned? Hadn't really thought about it. That sounds dull. First he wants to drop dead, and now he's looking for excitement. Guess we'd better think of something fun to keep Nuge entertained, huh? Brats. Hahaha. Das ist eine tolle Bande. Warum nicht du uns? Das ist der letzte Überschuss. We have reports of something extremely dangerous inside this cave, but we lack more detailed information. Were you eliminated? No, you are simply to investigate. Report your findings back to me. Those who return here alive will become formal members of the Crabzon Squad. Sir! There aren't enough weapons for all of you. Claiming a weapon for yourself will be part of this exercise. Yeah, cool is that. This is it, gentlemen. You have your orders. Begin! I got it! 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 Nicht so stürmisch. Alle dürfen sterben. Da freut sich Nuge. Ja, scheint nicht so gut zu laufen. Da sind sie nichts gelandet. Hä? Hä? Ich erkenne nur sehr wenig. Aha. Wer fliegt da eigentlich die ganze Zeit? Oh mein Gott, ist sie von einer fremden Macht gesessen oder was ist los? Warum sind sie sich zu töten? Was ist passiert mit allen? Sehr gefährlich. Das ist das, was zu tun? Geh raus! Keine Ahnung, bis wir uns sicher machen. Entschuldige mich. Ich will keine Teil der Gruppe, die Mitglieder sich zu töten. Oh well. Ich bin gut. Wait! Jettelbewerbskat! Junge! 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 Ja! Junge! Uh oh. Uh oh. Uh oh. Put the gun down! Oh. You put your gun down. Uh oh. Stop it! Wie jetzt? Ihre Stimme bringt sie wieder zurück oder was? Oh. 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 oder aus dieser Höhle, keine Ahnung, geflohen, wie auch immer die da rausgekommen sind. Was jetzt die zwei Dussel da von Leblancs Bande da mit dieser komischen Purpur-Bregade da zu tun haben, weiß ich nicht. Müssen wir noch eifrig die Dinger sammeln, aber ich fürchte, ich habe da schon viel zu viele verpasst. Na gut, im nächsten Part gucken wir dann mal, ob wir mal wieder auf Spira rumreisen können oder ob wir direkt ins Loch fallen. Also, bis dahin, ade, ciao.